Welche Beauty-Trends hält das Jahr 2023 wohl für uns bereit? Wir haben uns umgesehen, was aktuell im Bereich Make-up und Co. los ist und verraten euch die Prognosen. 1. Eyeliner Seit einer Weile liegt der Fokus wieder auf Augen-Make-up mit Eyeliner. Zusätzlich zu Foxy Eyes und Graphic Eyeliner wird es 2023 sicher noch weitere Schminktrends für die Betonung der Augen geben. 2. Augenbrauen Der Hype um buschige Augenbrauen lässt nicht nach. Das könnte sich jedoch in 2023 ändern. Denn der Trend geht hin zu deutlich natürlicheren und schmaleren Brauen. 3. Rouge Bye-bye Bronzer-Highlighter und Contouring. Rouge ist künftig der Star unter den Make-up-Produkten. Ob Liquid-Blush, Creme-Rouge oder Puder ist dabei ganz egal. Wichtig ist vielmehr, dass die zarte Frische zum jeweiligen Hautton passt. 4. Sonnenschutz Die Zeiten, in denen dunkle Solarienbräune angesagt waren, sind zum Glück schon lange vorbei. Denn 2023 ist der natürliche Teint wieder en vogue. Viele Cremes und auch Foundations setzen daher auf zusätzlichen UV-Schutz, damit die Haut lange schön und gesund bleibt. 5. Genauso 5. Genauso Untertitelung des ZDF, 2020